Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play CrossCode. Lieber Herr Justin, ich wünsche euch einen wunderschön angenehmen Tag. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen rumprobiert, was ich machen könnte. Ich habe wirklich nur diesen Block hier gedreht. Es wäre etwas Interessantes aufgefallen, dass ich einfach so machen kann. Okay, nochmal. Na, so. Komm. Ich mache das einfach so. Dann können wir das machen. Ach. Ich habe doch hier auch noch eine auf dem Boden liegen. Okay. Geschafft. Wuhu. Jetzt muss ich nur noch, äh, ein bisschen wieder und ich weiß wie. Also, denke ich. Hm. Okay. Okay. Ich habe es richtig. Gleich beim ersten Versuch. Ja, nicht ganz. Das sieht auch wieder nach Kappen aus. Ich habe es. Oha. Fängst du direkt da mit dem, ha? Na, komm. Komm. Break. Du bist da. Aua. Walla. Ach so. So will es also funktionieren. Ich verstehe. Okay, also das ist der Timing komplett korrekt. Okay, dann kann ich das nicht. Schade. Okay, das war... eher mappy. Aua. Ja, jetzt bitte einmal Sandwich. Das kann ich gut verbrauchen. Aua. 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 Okay, nicht ganz. Aua. Noch was essen. Aua. 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 Ich bin runtergefallen. Aber das runterfallen sollte mir nicht passieren. Uh, ich kriege 1337 Credits für sowas. 1337 Le-Lid. Tut mir leid, ich kann nicht mehr stehen. Ja, ich denke mittlerweile ist relativ klar. Was wir hier erreichen wollen. Äh, da hier. Äh, ein bisschen höher noch. Zu hoch. Oder ich mache einfach den Weg, den ich wahrscheinlich nehmen soll. Geschafft. Uh. Ähm. Ja, ich habe auch schon einen Plan. Ihr wisst ja, diese Rätsel hier, die liegen mir so ein wenig. Äh. So. Okay, nicht ganz. Äh. So. Easy. Die Wave-Rätsel legen mir ein bisschen mehr als die Schock-Rätsel. Geh ich zu. Ähm. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, was ich hier machen soll. Das ist die Frage. Wie jetzt da rankommen. Oh, Tatsache. Das hat besser funktioniert als er wartet. Okay, gut. Ähm. Ja. Wo will ich da jetzt hin mit? Was will ich hiermit jetzt erreichen? Da komme ich auf jeden Fall zurück. Das ist klar. Da kann ich auch... Oder? Ich glaube, da habe ich schon aufgepasst, dass das gerade nicht geht. Hm. Was kann ich damit jetzt machen? Das ist die große Frage. Ich kann nur das machen, erst mal. Hm, 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 hm. Kann ich auch nur gerade durchschießen. Was können die ich noch damit machen? Das ist eine jude Frage. Ah. Oder? Ja. Genau. Ich habe einfach Eis, weil ich es gerade am ersten Tag. Ich mag die Rätsel hier. Ich mag die Rätsel wirklich. Sie sind interessant. Das ist ja jude Schock. Ich war das Feuerelement da rum. Ich brauche das Ding. Hm. Okay, was möchte ich denn damit überhaupt? Äh, ich habe hier diesen Ball. Den Ball komme ich daheim. Gut, aber ich will ja eigentlich... ...erst mal, dass der da weg ist. Das heißt, ich will eigentlich irgendwie noch proben, dass ich den da erreiche. Aber ich komme dann schon noch rum. Außer halt hier mit. Da kann... Ich möchte einfach nur langsam. Ach so. Ah. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Mhm, 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 mhm. Ich verstehe. Schau, wie ist das da oben hin? Nee, ne? Hm. Dazu müsste ich den da hinten haben. Dazu müsste ich den erstmal da haben. Okay, hier muss ich mich ein bisschen mehr beeilen fühlen. Na? Vertan von Timing her. Wunderbar. Ich kann ja auch einfach bewegen. Okay, da war. Ja, wie mache ich das am Dimpsen? So, ne? So. Also das schon mal, ja. Und dann beim nächsten jetzt einfach nur ein bisschen schneller. Ach, scheiße. Okay, nochmal. Und dann aber hier. Dann so. Genau, solange das noch nicht geschafft ist, erstmal so. Ja, ne, jetzt muss ich dich per Hand bewegen. Keine Ahnung, wie ich das sonst machen soll. Ich kann wohl nicht wahr sein. So. Nochmal. Hallo? Steinerer Winkel, hm? Okay. Okay. Dass ich denn hier stehe, mich orientiere. Dann auf die Mitte. Scheiße. Okay. Okay, das ist scheiße. Okay, war das gerade nicht durch... Es war nicht hier durch. Okay. Moment. Der hat gerade nicht die Bombe getroffen. Wie? Jetzt weiß ich wie. Ich mach's mir viel zu kompliziert. Ich hab's mir einfach viel zu kompliziert gemacht. Das ist einfach wirklich nur zum Transportieren, dass ich nicht andauernd schieben muss. Und halt für genaue Plätze, wie da zum Beispiel. Wobei, das hätte ich nicht mehr gebraucht, glaube ich. Hm? Was? Nicht doch. Und runter hier. Ach schön, jetzt brauch ich dich. Okay, dann hätten wir dich frei. Oh. Äh. Da hin. Denk ich. So. Oh. Wo ist er da hin? Hm. Wie mach ich das am Dünnsten? Nee. Fick dich. 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 Nein. So nicht. Wir stecken einfach hier hinter. Sollte safe sein. Ja, okay. Das ist gut. Hm. Warum machen wir das eigentlich nicht so schwer? Ja. 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 normalerweise habe ich keine probleme mit solcher art gräzeln aber heute ist irgendwie da wohnt drin okay lässt sich doch schieben auch okay doch hier ist eine relativ Latte komm wo ist der nächste da okay das ergibt schon viel mehr Sinn ich möchte nur gucken ob das jetzt so richtig ist nein aber okay das ist grad dezent nervig okay das ist alles okay das ging mir tatsächlich ein wenig auf die Nüsse gerade so einfach das auch ist unser Streben gilt allein der ultimativen Erfahrung und so sprengten wir unsere und so sprengten wir unsere Ketten zerschmetterten alle Hindernisse erlangten die kreative Freiheit die wir als notwendig erachteten endlich konnten wir alle unsere gedanklichen Schöpfungen in eine Form geben Ebene 3 aber das wird noch so lange dauern hier ja oder auch nicht okay einfach einfach alle Gegner auf mich werfen das ist eine hervorragende Idee das ist äh ja und jetzt haben wir ein RNG süß ja doch ne? RNG genau aus 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 Oh. Ok, der ist mir viel zu gut im Ausweichen. Ok, ein RNG ist ja kein Problem, das geht ja voll. Ich war da noch Ebene 3. Und das war's? Oh. Oh, cool. Ich bin Tavek, so? Okay, das ist interessant. Achso, ja, ok. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht hab. Ich bin Tavek. Oh. 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 aber anfangs extrem nicht verstanden. Also Proben brauche ich erst. Nein. Okay. Nein, ich will dem nicht zu nahe kommen. Oha. Äh. Ja, den nehme ich gerne mal. Au. Ja, muss ich jetzt warten bis, äh... Muss ich jetzt ein wenig warten. Bis ich wieder Elementar hab und ich hab wieder Elementar. Oha. Okay, Elementarwechsel, das brauche ich. Schock, Aua. Das ist ein sehr interessanter Boss. Der gefällt mir. Ja, ich hab bestimmt, ich hab einen. Aha. Aha. Bitte schnell. Ja, Leben bringen wir mal hin, das wäre toll. Okay, dann, wo hätten wir das? Okay. Okay. Oha. Damit sollte ich jetzt eigentlich geschafft haben. Jep. Damit ist dieser Raum geschaffen. Wunderbar. Wunderbar. Huh. Das war schon was. vier Fernsehen. ... ouvresistes Spielwerk gelingt, allein der ultimativen Entfaltung. Doch nun, da die kreative Freie der langtl付... hatten, die dürfen, die für dafür notwendig war, mussten wir schwer en Erzes feststellen, dass etwas fehlte. Die Grundlage der Erfahrung. Ein Spieler, für den sie geschaffen wurde. Level ab! Mal gucken, wie sieht es mit meinen Circuits aus? Ah, wieder vier Punkte hier. Wunderbar. Die wollte ich hier hinein investieren. Vierte Ebene. Okay, let's go. Passiert erstmal nichts dazwischen? Okay. Ach, ein einziges Rätsel. Okay. Go, das kann nicht dein Herz sein. Ja, Lea, du schwitzt. Keine Hauverschiebung. Aha. Aha, aha. Aha. Aha, aha. Erstmal nur gucken. Okay. Ist ja klar, das ist der Anfang. Das muss ich so machen. So. 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 Mm-hmm. Okay, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Okay, wo geht es jetzt? Dann da, dann... Da, das sollte es safe sein. Äh... Möchtest du dich denn jetzt tatsächlich bewegen? Ach, scheiße. Nein. Okay, damit war es verkackt. Das war nur, dass ich Zeit habe. Oh, okay. Ähm. Wurde ich sagen, setzen wir uns in der nächsten Folge weiter an dieses sehr, wahrscheinlich sehr Timinghaft die Geräseligkeit werden. Ich sitze da mindestens 20 Minuten dran oder so. Gut. Egal. Das schaffen wir. Ich wünsche euch noch einen wunderschön, angenehmen Tag. Bleibt gesund, euer Justin. Haut drin und tüdelü. Und Hertha. Und dann? Ich wünsche euch noch alles Gb. Ich wünsche euch noch einen wunderschön, Bush.